Wir haben doch eigentlich auch noch Scrap Metal und sowas, wir brauchten nur Engine Parts eigentlich. Hast du ne Toolbox? Ja wir haben eine. Ja. Warte ich spawne gleich in Hasikon. Ne wir haben drei, ne sind im Auto drin aber. Hat die meisten Scrap Metal gehabt die Arschlöcher? Wir hatten doch Scrap Metal mal irgendwann oder? Ja ich hatte welches, hab ich aber hier zurückgelegt. Achso. Das war nicht schlau. Das ist mir jetzt auch bewusst Teubo. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Wir sind da zu diesem Kreisel und dann links. Warst du schon in dieser Industriehalle hier hinten mit der blauen Tür? Ja. Da ist ein Zug, ich mag Zwiebel. Wer, wer sitzt da vom Auto? Äh ich sitz vor. Kannst mal ein Stückchen wechseln. Willst tanken oder was? Ja ich wollt ein bisschen näher einfach fahren. Ja ne, kann man nicht hier, wenn man zwischen die Zapfsäulen fährt tanken. Ne. Ich glaub also wahrscheinlich 8000 hier. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bekomme ein Zomian grad so ganz viele Messer am Kopf. Ne nicht als Driver. Kann man alles als Driver rein, dann kann ich als Backseat Ding. Ja ich wollt mal kurz auffüllen. Ich bin im Backseat. Ich geh nicht als Fahrer. Ich auch nicht. Ich will nicht schuld sein wenn wieder was kaputt geht. Ach der Zombie alter der sieht aber auch nicht mehr ganz gesund aus. Warum den ganzen Messern im Kopf? Weil. Ja. Ach das ist äh passiert halt mal ja. Wer läuft da hinten? Wer läuft denn da hinten? Keller wahrscheinlich. Keller? Ja. Drasse? Bist du gerade? Ja ich hab ne Frau. Ja ich erkenn das von hier aus leider nicht so gut. Ich auch nicht aber doch ist ne Frau. Wo seid ihr? Ja. Du bist doch genau, du läufst doch genau auf uns zu. Oh ich seh euch nicht. Du bist doch in der Tankstelle drin oder? Ich verarsch euch doch nur. Ja ey mach das noch einmal und es nix mal schieß ich auf dich ohne Witz. Wenn du sagst dass du uns nicht siehst und wir da ganz offen stehen dann denken wir ja dass es jemand anders ist und dann töten wir dich. Also in der Industrie nix gefunden hat. Ne da waren wir nix. Ja wie gesagt ne Dings. Toolbox. Ne Toolbox. Okay und los geht's. Ja ich bin nicht mal drin ich kann nicht mal einsteigen. Ja Pech gehabt. Du musst auf der anderen Seite einsteigen hier ist schon belegt. Oder? Ne achso ich bin rechts ok. Ne ich bin links eingestiegen und dann auf irgendwie nach rechts nach hinten rutscht. Egal. Was machst du? Eine Ahnung. Irgendwas am Auto machen. Ja komm steck mal jetzt ein ob's jetzt geht. Guck mal ob's jetzt geht. Wahnsinniger. Was? Man kann nur von der Seite einsteigen. Kann man nicht. Kann man doch. Fahr los. Was? Toll. Oh du Wahnsinn hier. Wohin geht's jetzt? Äh. Richtung. Wo ist eigentlich das andere Airfield? Oder ist gesagt ganz oben? Ja. Na gut wir folgen einfach mal der Straße. Ja da kommen wir eigentlich. Wenn wir nur der Straße folgen kommen wir eigentlich genau zum Airfield. Es ist schon 5 Uhr. Was? 6 Uhr. Auf dem Server. Achso. In echt 6. Naja. Und ja abends. Nicht nachts. Also. Egal. Naja. Ja weil normalerweise nehmen wir immer abends auch so ab 10 Uhr oder sowas. Wenn wir jetzt heute mal früher. Weil sonst kein Tag ist in nem scheiß DayZ Origin Server. Ja so sieht's aus. Da ist ein Trisatz. Du kannst mal gucken da spawnen manchmal Autos. Ja wenn nur Reifen fehlt können wir sie dran machen. Ja. Zum Beispiel. Ne da ist aber nix. Oh mein Gott jetzt. Ja halt mal kurz an. Also. Äh Fabi. Mhm. Wollt fährst du? Weil ich nur kurz anhalten sollte. Ne ne ich guck hier den Jägerstand. War aber nix. Es ist ein Trap. Ja willst du mich verarschen? Wollt auf zu schießen Fabi. Wollt auf zu schießen Fabi. Er braucht nur einen Schluss in diesen Prott ne. Fabi fahr nicht. Mach deinen Scheiß. Wenn du ein bisschen Suizid in dem Auto rumzufahren und er drauf schießt. So. Bis das Ding hoch geht. Ja das ist echt äh gefährlich. Für mich sieht das aus als hätte ich nur so ein Holzstab in der Hand. Mit bisschen Metall dran. Witzig. Sieht gar nicht aus wie ne Waffe bei mir. Ja. Und deine Waffe sieht man nicht mal. Deine ist irgendwie an den Knien schon zu Ende. Ja. Oder vorher. Snoozi. Ja. Und die Waffen bei den anderen beiden sieht man einfach überhaupt nicht. Doch die AK seh ich. Echt? Ach stimmt zu Recht so ein bisschen. Aber auch. Auch nicht viel. Und das Witzige ist auch. Fabi hat einfach die Hand im Schaltknüppel anstatt dran. Ja. Und das Lenk hat im Knie. Das seh ich jetzt nicht aber. Ja. Ja. Ach Fabi. Musst noch einiges lernen. Das ist nicht weh. Nee es schon kommt gleich. Haben wir einen Schuss im Himmel. Ja da ist ein Reifen wieder gewesen. Den wir hätten einsammeln können. Wir haben fünf Stück. Ja ja stimmt schon. Ich sag ja nur. Das Jäger stand da oben. Ja willst du hin? Dann wohl nicht. Ich. Einfach will und will nicht. Doch. Eine M4 mit ganz vielen tausenden Aufsätzen. Ja. Ich kann aber jetzt schon sagen da oben ist nichts. Ja da ist nichts. Sieht man das ist nice. Ich kann auf mich schießen. Denkt dran. Fabi. Ich schieß gleich Fabi. Ich schieß gleich Fabi. Jetzt ist es irgendwie dunkler geworden ne? Bisschen ja. Bewegen sich bei euch die Berge im Hintergrund auch? Ja. Ja extrem sogar. Ja schon gruselig. Achso ja. Soll ich mal kurz nach dem Auto nochmal gucken? Auf den anderen Seite. Ist das Piggy Schweine Transport? Dann wohl nicht. Ein Auto. Nein. Das ist aber so ein Fake Auto. Achso. Ich erkenne es leider nicht so schnell. Na doch diese weißen Halbwaren. Da ist eine Polizeiwache. Ja ich geh jetzt mal in die Feuerwache rein. Das ist ein Heli. Dann guckt ihr nach dem Heli. Ich guckt nach der Feuerwache. Ich geh in die Polizeiwache. Da wollte ich was das darstellen. Fabi. Überfahr mich nicht man. Ja was bleibst du denn vorm Auto stehen Junge? Ja wenn meine auf einmal die Waffen verwenden. Sondern im Supermarkt. Oh. Knochen. Ja. Das bin ich. Jetzt hab ich dich hier nicht angefahren. Ich stehe. Ja. Doch hast. Adenamorphium? Ja. Nein. Sollte ich haben. Ich hab keins. Ey warte. Bist du im Auto? Fabi. Ich steh. Ich steh. Am Auto. Bleib. Bleib. Bleib von mir. Bist du das ja? Halt. Bleib kurz stehen. Ich muss gucken. Die Polizeiwache ist nicht. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Aber Fabi. Du brauchst ja auch so scheiße. Blut hab ich jetzt auch wieder fast keins mehr. Wer bleibt denn? Wer bleibt denn einfach vorm Auto stehen? Warum? Er fährt einfach. Ich bin losgegangen. Auf einmal hält der an und wechselt die Waffe. Na das kann ich ja schlecht riechen. Du brauchst ja nicht einfach losfahren. Du brauchst ja nicht einfach losfahren. Ich hab doch jetzt besser gefühlt. Alles wieder gut? Ey die sind halt da vorne. Danke. Weißt du aber mein einziges? Gott bist du wahnsinnig. Was? Boah. Finde ich einfach mal einfach an uns umzupallern. Ja komm es war dann auf die Scheiben oder? Hä? Was war das? Wie wolltest du die Scheiben aufkriegen? Ja da muss ich nur Bescheid sagen bevor du was machst. Wieso denn? Also das herz vielleicht wirklich nicht. Ich steh genau vor der Hand. Was fehlt denn dem Heli hier alles? Alles. Außer Sprit. Ja weil die Scheiben sind mal alle dran. Pilot. Wunderlich. Dem fehlt... Alles. Außer Hall. Also Engine, AT-AQ, Mainrotor und Instrumente. Äh. Mit was fahrt ihr da? Ach Motorrad. Ich hab ein Motorrad gefunden. Dem gehts gut? Lol jetzt ist Nacht. Und es ist dunkel. Ich geh im Arsch. Ja okay gut der Tank ist leer. Ja mach ich nicht mehr. Wird eigentlich noch ne Supermarkt irgendwann. Ich trau euch nicht mehr. Ja ich mach nix. Also Fabi trau ich jetzt grad echt nicht mehr. Ja gibt's hier noch Bloodbags oder so? Keine Ahnung. Ich probier's nicht aus. Ja hier gibt's Bloodbags. Ich werd wieder überfahren. War noch einer in den Rucksack? Ich kann gerade gar nicht gieren. Oh doch jetzt kann ich gieren. Ein Bloodbag. Zwei Morphine. Unwrapped raus. Was? Nichts. Sekunde. So da bin ich wieder. Und ich nehm noch einen. Auto Injector mit. Wo war'n der? Äh ne nicht Auto Injector. Sondern ein äh. Epi. Gab's den nicht? Das ist doch ein Epi-Pen oder? Gäbe ich noch ein Epi-Pen. Wollte mich verarschen. Das ist doch eindeutig ein Epi-Pen. Wie heißt das? Ja Morphine. Oh doch da ist er jetzt. Ne ich konnte eben den ganzen Tag nur Morphine Auto Injector nehmen. Ähm sag mal gibt's hier noch irgendwelche Bloodbags die wir jetzt nicht mitgenommen haben? Weil ich würd die eigentlich ganz gerne mitnehmen noch. Auf dem Dach. War jemand von euch auf dem Dach? Ach hier liegen noch zwei. Sehr gut. Ich war nicht auf dem Dach. Was? Ne war nicht auf dem Dach. Ne ne aber hier liegt eins. Ist okay. Ich bin am Bahnhof. Ja da liegen aber noch zwei eigentlich. Krass ist das. Das war für ein riesen Bahnhof ey. Ja. Fahren ja auch immer mal wieder Leute mit dem Zug ne. Aber hast du dich schon gesehen grad? Da wo? Den Bahnhof? Ne. Ja. Vielleicht muss mal was trinken. Wir essen grad aus dem Supermarkt raus. Ich. Ich muss mal was essen. Da ist nix drin. War jetzt glaube ich die Rache von vorhin als wir gesagt haben wir wollen Fabi töten. Soll ich ihn töten? Nein. Nein. Wir töten uns nicht gegenseitig. Wo ist jetzt? Ich benutze jetzt kurz mal ne Bandage obwohl ich keine brauch um den Platz hier frei zu kriegen. Gift aus Ultronung. Oh ich glaube ich lau mich immer aus. Echt? Ja. Okay. Ich weiß nicht wie ich bin aber irgendwie in einer Köfe gegangen ist. Ja ist doch schön. Freut man sich doch oder? Na gut. Gut. Dann würde ich sagen. Beenden wir hier auch die Aufnahme. Wird jetzt schon wieder dunkel. Das ist natürlich unschön. Aber wir haben ja eigentlich einiges geschafft. Wir hatten einen coolen Kampf. Wir haben... Wer schießt da? Ich hab einen getroffen. Oh. Okay. Krasser Skin. Na gut. Ich würde sagen wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Let's Play Together Daisy mit mir. Toy Boy P, C Toy P und den anderen bekannten Verdächtigen die meistens dabei sind aber nicht immer. Und zwar Mike und Keller. Jo. Dann... Kurz ändern die Kirche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.